Verehrte Zuschauer, wir unterbrechen unser laufendes Programm wegen einer wichtigen Durchsage. Der YouTuber und Robotik-Experte und Quanten-Kybernetik-Student Kip Supernova wurde nämlich von dem Streamer und YouTuber Unge Ungespielt gestern Nacht live in einem Livestream eingefangen und in ein Pokémon verwandelt. Wir zeigen jetzt die Live-Bilder dazu. Lass mich. Ich muss mich schon richtig schmerzhaft anfühlen. Okay, zweites Pokémon ist... Oh, Macholo! Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, Leute. Wir können Macholo fangen. Was machen wir für ein Pokémon? Kampf ist schwach gegen Flug, ne? Ja, dann rein. Boah, dann ist es eigentlich auch sogar schlau. Vielleicht, wenn man so Kämpfe macht, wenn man nicht weiß, was für ein Level die sind oder so, gar nicht seinen ganzen Pokémon mitzunehmen und vielleicht so ein paar zu Hause zu lassen und nur so schwächere, wo man weiß... Eins, das sterben darf. Ich dachte gerade wegen diesem Untergrund zum Beispiel, da hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich da nochmal reingehen würde, würde ich nochmal testen. Eins, zwei, drei und wir haben Kipp. Let's go, Macholo! So, Mr. Spielt, dein erster Kampf, Digi. Bin gespannt. Simon, kennst du noch Mr. Spielt? Natürlich. So, mal schauen, wo wir erst rein, wenn ein anderes Pokémon sich entwickelt hat, weil wir wollen die Pokémon auch entwickeln. Tony, schreib mir alles gut, Raffi. Ich war scheinbar, ich bin schon mal von einer Stunde gestorben. Let's go. Kipp passt auch zum Macholo, finde ich. Passt. So, machen wir ja auch in die PC-Box. Wir werden ja noch einen Pokémon weiterentwickeln und dann können wir das entwickeln. So, jetzt habe ich hier auch das Pokémon gefangen, kann ich einschreiben, Kraterberg, Kipp. So, ihr habt es selbst gesehen, Kipp wurde in ein Macholo verwandelt oder Macholo in ein Kipp. Ja, wie auch immer, was sagt eigentlich Kipp Supernova zu dem Ganzen? Das war alles zu dem Ereignis. Wir werden sie auf dem Laufenden halten, bitte schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es etwas Neues gibt. Bis dahin, tschüss. Bis dahin.